Aufgabe, hatte ich mir überlegt, 8 hoch x plus 1 sollte in diesem Fall mal Wurzel aus 2 sein. Mal sehen, was passiert. Pause-Taste, selber machen und Action. So, ich bin wieder da. Ich habe hier eine 2 stehen und das könnte ich als 2 hoch 1,5 schreiben. Wie mache ich aus der 8 irgendwie einen 2 hoch Ausdruck? Nur ganz einfach. 2 hoch 3, Achtung, hoch x plus 1. Ich habe es extra mal jetzt eingeklammert geschrieben, damit es erstens besser auffällt und damit zweitens was anderes sichtbar wird. Wenn ich nämlich jetzt hier 3 mal x plus 1 schreibe, muss ich x plus 1 in Klammern setzen. Das heißt, ich kann es gleich so hinschreiben als 2 hoch 3x plus 3. Nochmal am Rande gesagt, also 3 mal x plus 1. So sieht das dann aus. Das muss ich ausmultiplizieren. Das ist gleich 3, äh, 3x plus 3 ist der nächste Schritt. Gut, das bloß am Rande. Das lassen wir mal weg wieder. Und das ist 2 hoch 1,5. Wunderbar. Ausgezeichnet. Wir haben hier gleiche Basen. 2, 2. Wunderschön. Es geht darum, 3x plus 3 soll 1,5 sein. Naja, jetzt die minus 3. Ich könnte übrigens auch sagen, nicht minus 3, sondern ich erweitere das gleich als 6,5. 3, da mache ich gleich 6,5 draus. Dann habe ich 3x. Ist gleich 1,5 minus 6,5 ist minus 5,5. Jetzt die 3 noch rüber, durch 3. Na, und die kommt mit unterm Bruchstrich. Also habe ich minus 5,6. Na, wem das Ergebnis zu blöd vorkommt, der sollte dann wirklich eine Probe machen. Machen wir nun die Probe mal. Die Probe hierfür ist. Probe. Ihr macht das bitte selber jetzt. Also ihr setzt hier oben in die originale Gleichung ein. Und werdet sehen, ob es funktioniert. Wenn es funktioniert hat, müsstet ihr wie folgt geschrieben haben. 8 hoch. Und statt das x ist, schreibe ich am besten wieder eine Klammer. Minus 5 Sechstel geht am besten. Plus ein Ganzes. Und das sollte sein Wurzel aus 2. Gucken wir uns mal an, ob das funktioniert. Das heißt hier also 8 hoch minus 5 Sechstel plus 6 Sechstel. Das sind ein Ganzes sind 6 Sechstel. Bleibt 1 Sechstel übrig. 8 hoch 1 Sechstel. Boah. Soll sein Wurzel aus 2. Naja. Wenn ich hiermit nicht zur Rande komme, dann sage ich die 8 ist 2 hoch 3. 2 hoch 3 mal 1 Sechstel. Oder ich hätte es auch so hinschreiben können. So. Jetzt kann ich diesen Ausdruck aber umschreiben. Ich mache das mal ein bisschen kürzer jetzt. Weg. Oh. Beinahe gut. Aber nicht ganz. So. Das ist also 2 hoch 3 Sechstel. Das kürze ich. Ist 1 halb. Und 2 hoch 1 halb ist wirklich Wurzel aus 2. Da ist nichts zu beweisen. Nächste Aufgabe. Aufgabe Nummer 6 hatte ich mir wie folgt überlegt. Es kann ja folgendes machen.